Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zum nächsten Video. Heute wieder eine Busfahrt organisiert. Ja, ein paar von euch sind auch am Start. Auf jeden Fall wird richtig nice. Wir fahren nach Hoffenheim, also nach Zinsheim, spielen gegen Hoffenheim. Hoffentlich holen wir auch da die Punkte ab. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig nach den letzten, ja, nicht so guten Spielen. Und besonders auch nach dem letzten Spiel, was ja auch moralisch sehr, sehr schwierig war jetzt die letzten zwei Wochen. Zum Glück gab es auch letzte Woche kein Spiel. Und da konnte man sich nochmal sammeln und, ja, hoffen wir mal heute auf ein gutes Spiel, ja. Ich gehe zu den Jungs und Mädels, die sicherlich schon da sind. In 20 Minuten geht die Fahrt los und dann sehen wir uns gleich im Bus oder am Bus. Die Männer und Mädels sind auf jeden Fall am Start. Der Bus ist aber noch nicht da. Naja. Digga, es ist April und es hat einfach geschneit. Zu krass. So, wo bleibt denn der scheiß Bus? So, wir werden so langsam voll hier. Sehr nice. Oh, Mensch! Du bist der ganze Typ auf der ganzen Welt. Schau, dass man dich nicht picken kann! Jetzt in der Raststätte, kurz eine Pause machen. Ja, die Fahrt bis hierhin war ganz in Ordnung. Es gab eine Absperrung irgendwo. Die Autobahn, deswegen musste man den Umweg fahren. Deswegen auch ungefähr 20 Minuten Verspätung. Aber wir haben das alles gut eingeplant. Sind gut in der Zeit. Wir wollen uns weiter! Boah! Wir schossen aus der SAP, der Größten, von Professor. Hey! Die Bau, die Bau, die Bau, gescheißen auf der grill. Wir lachen aus der SAP den größten Ruf der Welt, ey! Let's go! Boah, ist das am Schnein, ey! Was ist das? Krass! Richtig krass am Schnein, Digga! Jetzt geht ab! Geil! Jetzt geht's rein! Uh, schön am Schnein! Digga, wir haben April, ne? Heftig, Alter! Oh, sehr geil! Unsere Jungs sind am Start! Voll! Stehplatz ist komplett ausverkauft! Sehr nice! Sind Digga auch am Start! Das ganze Dorf hat sich versammelt! Und gleich geht's los! Das ganze Dorf hat sich versammelt! Nobbi! T hänen kann er den Weg und in den Gra aggressive! Und Gott, du redest ein Stadion, blau-weißes Wallen weg. Das könne nur die Wurzwein, ja die Präts von Frauentheben. Allee, blau-weiß, ole-weiß, 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 ole-weiß. Oh, schade. Schade, Jungs, weiter. Die Stimmung ist der Wahnsinn. Geil, richtig geil. Oh, ist ganz klingt zu spät. Geil, 1-0. Ja. Superwichtig, sehr, sehr wichtig. Aber war so unerwartet dieser Schuss, weißt du? Nein. Bruder, den musst du machen. Den musst du machen. Schade. Aber der muss rein. So ein Ding muss rein. Geil, 1-0. Sehr wichtig. Hätten sogar das 2-0 machen können. Ich bin deutlich besser. Ich bin deutlich besser. Und 2. Halbzeit hoffentlich genauso, ja? Abzeit 0 zu 1. Der Gast ist gut. Was hier gerade E-Halbzeit ist, gehe ich mal hier ganz nach oben. Den Blick mal von oben genießen, kurz. Ja, wir haben hier ein Heimspiel. Ganz klar. Ich glaube, hier ist irgendwas undicht. Alles nass hier. Tropft auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Ja, Mann! Schön! Nein! 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 Das meine ich. Das meine ich. Das meine ich. Es ist wirklich so bitter. Wir spielen so gut. Wir kassieren schon wieder. Ja! Ja, Mann! Auslein, Mann! Auslein! So, so we can go to the first one, we'll be right back. So, so we can go to the first one, we'll be right back. Gerrit wird gleich noch einen machen. Ich schaff's einfach im Ruin. Oder Sandor! Ja, Mann! Ja, Mann! Sehr geil! Ja! Ja, Mann! Oh mein Gott, Junge, der macht einen Hattrick! Oh mein Gott! Der macht einfach einen Hattrick! Was? Abseits! Ich fick mein Leben! Wie kann das mit der Abseits sein? Das kann doch nicht sein, Mann! Das Tor wurde aberkannt, scheiße! Hast du rehen, Junge? Leg ab! Oh! Schade! Oh, der hat abspielen sollen, schade! Jaaa! Jaaa! Auswärtssieg! Auswärtssieg! Jaaa! Sehr wichtig! Extrem wichtig! Geil, Mann! Geil! 2-1! Hätte eigentlich höher ausgehen sollen! Jungs! Auswärtssieg! 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 Hey, 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 hey. Wir sind stolz auf euch, Jungs. Weiter so. VfL, 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 VfL. Abfahrt, Männer. Ab nach Hause. Drei Punkte abgeholt. Drei Punkte sind im Sack. Let's go. Ab, zurück nach Bochum. Es schneit zwar nicht mehr, aber es ist arschkalt. Tschüss Hoffenheim. Ab nach Bochum. So gehen die Bochum, mal in Bochum, mal geht's auf! So geht die Bochum, mal in Bochum, mal geht's auf! Wieder in Bochum. War ein cooles Spiel auf jeden Fall. Drei Punkte sind im Sack und dann geht's nächste Woche gegen Leverkusen. Weiter hoffentlich da drei Punkte und dann sehen wir uns nächste Woche. Haut rein, lasst ein Abo da und ein Like natürlich, ja, nicht vergessen. Haut rein, ciao.